Dann geht die Schlacht hier weiter. Los geht's. Boah, Alter. Klingt ja nur Bomben hier, ey. In Ordnung. Die Mörser machen Pause. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. Oh, was haben wir denn hier? Ah, okay. Oh, Alter. Du bist ja gay-tot, Alter. Boah, kommt denn er her? Ah, scheiße. Ich bin nicht da rein. Boah, komm, komm, komm hier. Scheiße. Oh, Alter. Kommen wir denn die her? Es ist hier. Mal rutschen hier aufräumen hier. Oh, was? Was? die kommen durch wieder ey nein, der Frisse ey das hat eng rumgeballer hier ey ich brauche Deckung oh, lass mich schluss, du Penner oh, wo ist ein NG hier? ich brauche den R inside ich brauche das ich brauche, wir sind ich brauche es sich ich brauche, wir sind ich brauche Boah, nee, ey. Boah, guck, da ist ein scheiß Panzerfaust, der hier. Oh, Mann, ey. Aus der Küche. Mann, 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 Mann. Oh, der macht mich hier noch fertig, ey. Boah, ey, hallo? Boah, Ruhe jetzt hier. Oh, das ist noch einer. Boah, ey, nur Panzerzerklappen hier, heute. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, wer war denn denn? Oh, Mann, bitte. Na, hier wüsste ich gar nicht mehr, wo lang, ey. Och, nee, ey. Können wir nicht nur im Kreis ziehen, oder was? Ey, das kann nicht sein. Ja, das ist da lang, dann da lang, ey. Äh, wer sagt, die Teams zerstören, ja, äh, pff. Oh, ist das bekloppt, ey. Hier ist da ja nichts mehr. Hm, bin so blöder, ey. Sonnendesign. Oh, da kommt Ina raus. Ah, das soll erstmal Ina wissen, ey. Okay. Ey, hallo! Was ist denn das hier für ein Dreck? Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ich bin hier! Boah, ey, sag mal! Ich bin hier, ey! Ach du Scheiße! Martin, hierher! Rein in den Wagen! Na, das wird ja witzig! Oh Mann, wir schaffen es in diesem Schrottkübel zurück zum Bataillon. Und was sollen wir denen sagen? Übergeben Sie das Major Shepard! Sagen Sie, Copperdy Baker hat die Stadt gesichert. Kann sie aber nicht lange halten, wenn wir keine Verstärkung bekommen. Verstanden, Sergeant? Aber klar, wir fahren einfach in einer französischen Blechschüssel durch die feindlichen Linien. Sollten wir gleich noch eine Zielscheibe draufmalen? Das wird nicht nötig sein, Sarge. Machen Sie schon. Es sei denn, Sie haben eine bessere Idee. Oder ein funktionierendes Fluggerät. Das ist doch krank! Ich glaub's einfach nicht! Na ja, wird ja lustig! Es sei denn, Sie können fliegen! Es sind nur 6 Meilen, Private. Halten Sie den Mund und tun Sie es! Ja, das wird ja lustig! Oh, das kann doch kein Schwein lesen! 040 Kontakt mit ca. 2 Fallschirmtrupps. Dorf gesichert. 1.30 Uhr Feind. Reste nach Südosten geflohen. Unsere starke 20 Männer. 4 feindliche MGs. 0600. Feindkontakt aus allen Richtungen. Ca. 2 Fallschirmtruppen mit Panzer. Na würg sagen, machen wir das im nächsten Part weiter. Haut da rein! Bis dann!